Musik Kann ich sogar komplett runter Hier haben wir leider nichts Erstmal die Umgebung nochmal absuchen Vielleicht haben wir hier hinten noch was Aber nö Okay alles sauber Gut dann weiß ich nämlich jetzt wie wir da rüber kommen Das heißt erstmal wieder hochklettern So Dann heißt es hier Das hier können wir nehmen Dann das Brett Da ran Brett mitnehmen Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü Na dann Wunderbar Bist du drüben Gut dann Nehmen wir das Brett wieder mit Dann nehmen wir das Brett wieder mit Dann nehmen wir das Brett halt nicht mit Oh Scheiße Oh Scheiße Hoch Wollte gerade sagen Das ist doch hier eine wunderbare Zielübung L1 Halten Bogen zu spannen Je länger desto bla Und dann Keine Ahnung Ist der Rest mir leider verschollen Und der Pisser lebt immer noch Ich hätte das Gewehr behalten sollen Das wäre weitaus besser gewesen Machen wir noch irgendwas anderes Ach komm Schmeißen wir mir jetzt noch die Flasche an Krat Immer noch nicht im Eimer War ist das jetzt nicht hier Schön Weil lass mir das reden Hast du gehört Ja Alles klar Du musst dich daran halten Er Er ist nicht gerade nett Zu fremden Okay Bill ist okay Er braucht nur etwas Zeit Um dir warm zu werden Okay Hm Na da bin ich mal gespannt Was Bill für ein komischer Kerl ist Ob wir hier rein können Ne Anscheinend nicht Und irgendwie bereue ich es trotzdem Dass ich den Bogen weggetan habe Und dafür jetzt Äh Oder eher gesagt Den Bogen genommen habe Und dafür die Flinte weggeschmissen habe Weil letztendlich Bogen No Trespassers Dann haben wir das gleiche schon wieder Ja Ist so ein Scheiß Can't help Go away Kann ich helfen Geh weg Na super Das ist sogar von beiden Seiten her Das heißt Sollte man schon zusehen Dass wir da Nicht durchrennen Moment Ähm Nicht gut Scheiße Willst du da reingehen Mal sehen was wir finden Du findest meine Leiche Weil mich der Schlag getroffen hat Keine Sorge Es wird schon Hallo Jemand da Er macht da einfach so ganz stumpf die Tür auf Als wenn nichts wäre Ich hab Weiß nicht Klicker? Irgendwo Ähm Gehörte das jetzt Dieses Grundgeräusch Gehörte das mit dazu Oder Muss ich zwangsläufig Ein Monotov Cocktail herstellen Nur damit ich das Ding dann mitnehmen kann Was für eine Scheiße Was sind das für Geräusche? Ich hab mich zu tot erschreckt Tja Sehen wir uns Ruhig mal um Zumindest wissen wir jetzt Was da gerade eben für ein komischer Hoshi war Rachel Rachel Bin ich Rachel Aber ich nehm's trotzdem mit Rachel Soldaten gehen von Tür zu Tür Und zwingen die Leute In Busse einzusteigen Ein paar Häuser weiter Sind Schreie zu hören Die Zeit wird knapp Ich hab angerufen und gewartet Aber ich kann nicht mehr warten Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt Ich warte in In der Quarantänezone auf dich Such nach mir Bis bald Ezra Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich find sie jedenfalls schön Na schön Ganz toll Das ist klasse Ein bisschen Leben mitnehmen Okay Besser als nichts Oh Pillen Pillen sind immer gut Können wir hier einen Kerl ausschlagen? Ne war ein Kerl Da stehen ja die Chancen relativ gut Dass da vielleicht noch Rachel weggekommen ist Obwohl Ich kann auch sein Dass der beim Koffer packen Leider schon gestorben ist Dann hier verschwinden Okay Ja Hier ist eh nichts mehr Abgesehen davon Haben wir jetzt immer noch Das alte Problem Wie zum Henker Kommt man da durch? Okay von der Seite Kommen man nicht raus? Hm Aber Moment Okay zurück Zurück Okay Hallo ich sagte zurück Und du stehst da mehr oder minder mitten in meiner Wurflinie Oh krass Die Dinger sind ja der Hammer So kann man sagen machen Auf jeden Fall tun die Dinger richtig böse weh Eine Flasche sollten wir mitnehmen Und ist da jetzt noch irgendwas da? Ne, hat es kompletter Jacht sehr schön Können wir jetzt ja problemlos Weiter Money Von Mr. Green Zombie Das ist bestimmt der Green Tees Von Remember Me Zurück Noch eine Also wenn hier Keine Klicker in der Gegend sind Wie gesagt Wenn welche Da wären Dann hätten sie uns jetzt Auf jeden Fall schon links gehört Demher Ein Glück Ist ja kein Schwein da Was haben wir hier? Haben wir hier was? Muni Scheiße Ich hab dich Verdammt Bill Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen Fuck Und nun? Ja Der Kühlschrank Das ist das Gegengewicht Okay Neid das Seil durch So komm ich runter Bin dabei Mach hin Joe Oh scheiße Scheiße Sie kommen Bleib weg Und hier muss ich auch noch nachladen Verdammt Kann ich nachladen? Nein Lass mich zu Finn Scheiße Nachladen Scheiße Das ist ein Klicker Oh Bin bereit Ellie Halt durch Marine Scheiße Alles okay? Ja Los Du schaffst es Okay Aber beeil dich Stammt nochmal Weil die Die sind da hinten nämlich schon Nein 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 Verdammt 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 Oh man Oh man Oh man Oh Geh Hau ab Du verdammter Biss Ab Bewege deinen Arsch und sterben Ah ja Ja Hör Okay Geh Scheiße Lass das noch mal Weg Zurück So lang Okay Wir sind durch Komm Hier Lauf Bewege deinen Arsch Wo ist der Scheiß Blöde Leute Hinter uns Bill Na los Jetzt Schnell weiter Jetzt sind wir nicht sicher Bill Sie kommen durch die Tür Ich krieg ein Pföne ey Tu Nicht Noch einer Puh Aber zuerst einmal nehme ich hier noch die restlichen Sachen Also so viel Zeit muss ja immerhin sein Und ich möchte ja auch wissen was hier noch drin ist Ach guck an Hier haben wir Alkohol Ach und hier kann ich ja auch noch was mitnehmen Oh hier können wir auch eine Nahkampfverbesserung drauf machen Schön Aber zuerst einmal Ne Das muss ja soweit sein Nehmen wir das hier noch mit Und was haben wir sonst noch hier Und das noch Und jetzt Diesmal Nicht Pisser Na ein Glück Dass ich gerade eben das Messer gebaut habe Wo seid ihr Ui Das ist Das ist Oh, oh, oh.